Das war ja eine schwere Geburt. Tja, achso, ja, ja. Und jetzt die Kette da oben, loswerfen. Was natürlich auch mal wieder nicht in Kriege. Brillant. Mein Schießkunster. Echt zum Kotzen. Achso, vielleicht mit der Schlöder. Auch nicht so. Ähm, ja gut. Und, und nun. Shit. Wir müssen mal einen Brand stecken, oder? Das ist jetzt hier die... Ach Leute, langsam macht das Spiel. Kein Spaß mehr. Zu viele Ratten. Wir sitzen fest. Irgendwie auf das Textteil hier. Da mit einem Stein drauf. In den Turm. Da ist Licht. Holy moly. Wenn das nicht die verdammten Landfinger sind. Wie sollen wir das denn überleben? Wie, 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 wie ihr seine Laterne vielleicht oder schon wieder auf eine Laterne schießen. Ich kriege doch hier einen Kampf. Ich dich auch. Warum da wohl Licht drin ist? So eine Laterne Was zum Henker soll ich machen, sind die Laterne umgekippen, während er auf uns losrennt? Klärt uns auch keiner. Ich bleibe bei dem Ding, das bleibt ungefähr. Anders kriege ich es auch nicht hin. Ich gehe mit dem, das zerstört hier oben. Ja. Also nicht. Und was machen wir gegen dich? Auf den Kopf zählen oder was ist hier die Idee? Das Spiel sagt einem auch nie was. Es gibt so die eine Sorte von Spielern, die dir zu viel sagt, die dir sagt, mach jetzt das, mach jetzt das. Das ist die Art von Spiel, die dir sagen, der ihnen gar nichts sagt. Das ist, komm mal bitte selbst drauf. Während eines Kampfes. Komm jetzt, also. Find jetzt raus, was du machen sollst. Von alleine. What? Ja, ohne Steine ist es jetzt. Na die, du schöne Welt. Jetzt müssen wir noch raus, was wir mit dem dann machen. Aha, first let's try. Aha. Ja. So also. Schwert können wir es natürlich nicht mitnehmen, wäre auch zu schön. Wie ist es, neue Steine können wir mitnehmen. Die können wir nix verbessern. Ne, können wir nicht. Aha, Inventar voll. Und nun. Wo sollen wir lang gehen? Sie sind überall. Nun wärs mit dort drüben. Ungefähr hier. Na fuck, dann können wir dann dort lang. Ja, geh doch. Und frei geht's. Erstmal auf deutsch übersetzt. Erstmal ins drittige deutsch. So, schieb. Ich helfe mit. Pass auf. Verbrenn dich nicht. Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Und wir sollen was machen, um Lärm zu machen. Spion. Typisch. Dieser altklappen Franzosen. Ah ja. Ich liebe dieses Spiel. hier. Hier. Da kann man noch von oben drauf werfen. Ne, kann man nicht. Knopf. Hier unten. Wir sollen was anstellen, ohne Lärm zu machen. Wir müssen schieben. Ich helfe mit. Pass auf. Verbrenn dich nicht. Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Warte, 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 warte. Ich, äh, schießen. Verdammt. Oh, Lecosmio. Wir müssen den mit dem Steinschleuder ins Gesicht werfen. Die Steinschleuder müssen wir ihn ins Gesicht werfen. Genau. Hier sind... Kann man jetzt irgendein Schwert oder irgendeine Waffe nehmen? Das ist... Mädel, seid doch nicht so naiv. Mit einer Steinschleuder durchs Leben. Ich hätte drauf, dass wir irgendwann mal etwas anfangen mit der Steinschleuder arbeiten. Ja, logisch, aber... Irgendwann mal... Ich kann dir nicht folgen, Amicia. Ach, leck mich doch, Amicia. Amicia, Amicia! Ich kann dir nicht folgen. Bist nicht mehr drüber gekommen. Meine Fresse, ich rieche hier noch ein... Ja, und das mit Beziehen, das müssen wir auch noch mal üben. Was ist jetzt hier wirklich... Wir müssen schieben. Ich helfe mit. Pass auf. Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Jetzt weg hier, weg hier, weg hier. Abgeben. Und jetzt... Ich muss den dann erschießen, oder was? Ach komm, leck mich am Arsch! Das ist doch hier nicht wahr. Oh, meine Hand. Oh, meine Hand verletzt. Wurde aufgeschlagen. Das ist doch nicht wahr. So, jetzt Stück für Stück. Ich nehme hier schon den dritten Schritt vor dem ersten. Wir müssen schieben. Ich helfe mit. Pass auf. Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Das hoffe ich doch. Und jetzt von hier aus... Die Laternen, die Laternen, die Laternen, die Laternen, die... Die verschissene Laterne. Ich liebe dieses Spiel. Was für ein schönes Spiel. Sie werden goin. creative window. So, das ist es син. D Echoes. Er hat sich nicht gut aus. Du bist like aus dem Raum. Ich wechsle dann jetzt schon mal zu einem Stein. Ich helfe mit! Pass auf, wir machen Sie hier! Sie werden uns entdecken! Jetzt, Laterne! Ach, leck mich doch am Arsch! Das ist doch hier nicht wahr! Das muss schon wieder eine Laterne treffen, das ist doch... Verdammte Präzisionsarbeit hier! Mit dieser Spielsteuerung! Das geht doch nicht! Das kannst du doch nicht in das Spiel einbauen, wenn das nicht geht! Mein lieber Scholli! Also es geht schon, aber das ist... ...die Spielsteuerung so ungenau ist, dass du den Stein irgendwo hinwirfst! Das kannst du doch nicht erwarten, dass das damit eine verschissene kleine Laterne zerstören zu ist! Die eine Hitbox von 1x1mm hat! Was soll denn die Scheiße? Ich wechsle... Wir machen zuviel Lärm! Sie werden uns entdecken! Ich weiß... Ach, leck mich! Leck mich, leck mich, leck mich, leck mich! Leck mich, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich! Leck mich, leck mich, leck mich Stein! Leck mich, leak mich, Laterne! Nein! Nein! Die Laterne unter dem Kopf passiert, die Frau weggehe, oder? Ich befürchte mal die Laterne. Jetzt siehst du das, wie gut das Spiel schießt, wie gut man hier zielen kann. Dann soll ich auf so eine verschissene kleine 1 mm Laterne zielen. Du willst mich doch verarschen, Spiel. Das ist doch nicht dein Ernst. Das willst du mir doch nicht erzählen. Ich wollte gerade sagen. Ich helfe mit. Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Scheiße, scheiße, scheiße. Da ist Steiner. Schieben wir. Ne, komm jetzt rum mal. Hilf mir beim Schieben. Ja, gewiss. Durch den Sumpf. Kommt der Junge mit. Sehr schön. Der Produkt durch, Amicia. Aber die Raten sind überall. Schhh. Wir finden eine Lösung. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Wir müssen den hier überwinden. Erstmal müssen wir den hier überwinden. Diese verfluchten Drecksviecher. Und ihr habt nichts besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. So viel zu alleine gehen. So viel zu alleine gehen. Wer muss zu alleine gehen. So viel zu alleine gehen. Sie müssen die Wälder machen. So viel zu alleine gehen. So viel zu alleine. muss ich mir noch überlegen mitkommen los, los ich kann jetzt haben wir nicht richtige Fackeln wenn ich so hier 2 Sekunden fackeln muss ich sofort wieder ausgehen ok Ich kann auch wieder ein neues herstellen Trotzdem müssen wir da jetzt irgendwie durch und die Fackel wieder nehmen Nein, können wir schon mal nicht Wo kommen die denn jetzt her? Wo kommen die Faschisten und Ratten jetzt her? Ach nö Ach komm, als ob der uns jetzt bemerkt hat Äh, so Dieses Spiel Ich muss gleich umführen Ich krieg hier sonst einen Krampf Den hab ich schon Ich weiß Hier habe ich vielleicht eine Chance Ach, diese verfluchten Drecksviecher Ihr habt nichts besseres zu tun als euch auf die nächste Leiche zu stürzen Und dafür die ganze Mühe? Was machst du jetzt damit? Hm, muss ich mir noch überlegen Kommt mit Der Weg ist frei, gehen wir In Ordnung Und dann gut überlegen, was wir da oben machen Wir klettern da hoch Wir klettern da hoch Ich komme Das Fackel können wir scheinbar nicht mehr mitnehmen Jetzt haben wir Steine Das hat sehr gut geklappt Ich habe eine Idee Sekunde, 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 Sekunde Dann haben wir Leichen Jetzt muss man nur noch 10 können Und hoch Dann raten Ratten 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 Amicia sitzt in der Falle Schhhh Wir müssen weiter Das wurde aber auch Zeit Oh nein Hey Hey Was treibt ihr da? Stehen bleiben Tut mir leid Aber wir müssen hier raus Amicia Lasst mich nicht zurück Ich drehe euch an Mit Wunderschön Es kann nicht draus sein Hier entlang Kommt Dort entlang Wir müssen ohne sie weiter Amicia Den Sumpf wird es schwierig Oh Checkpoint Ich sehe keinen anderen Auswege Verdammt Wir haben keine Wahl Wir müssen ihn überrumpeln Hier Nimm das Was soll ich mit dem Zeug machen? Songnum Du wirst schon sehen Du musst es vermischen Was soll ich mit dem Zeug machen? Etwas so? Perfekt Jetzt musst du ihm das ganze ins Gesicht schmettern Ist das dein Ernst? Lukas Gut Ich hoffe du weißt was du tust Äh Nicht gut Aha Okay Okay Das kann man nicht werfen Bleib du mal hier Psst Gut Sei vorsichtig Sneak Das wird nicht klappen Das wird nicht klappen Schleift er? Ja Für eine Weile Danke Das wird uns das Leben retten Schläft er? Für eine Weile Das wird uns das Leben retten Das wird uns das Leben retten Das wird uns das Leben retten In der wochen Höchst Alles